Was ist euer Lieblings-Genshin-System? Also für mich ist das Reputation-System. Oh ja. Oh no, das ist der falsche Account. Imagine es würde ein Land geben, so im Real Life, das einfach auch so ein Reputation-System hätte. Da würde ich hingehen. Habe ich einfach einen neuen Account damit kreiert? Ich meine, es gibt ein besseres Reputation-System mit Dings dann, nicht wenn? Also freu dich so, falls du es actually feierst. Äh, nee, also ich habe nicht mal Monstered Reputation Max. Monstered ist doch Arsch. Mein Punkt ist eher, dass China hat das ja. Oh ja, nice. Aber finde ich schon noch irgendwo geil. Ich meine, es funktioniert ja ziemlich gut. Wie viele Social Credits hast du? Sieben Millionen. Sieben Millionen? Hast du gesagt, Taiwan gehört zu China oder was? Ja. Ah, dann macht's Sinn. Ich meine, der deutsche Staat sagt, dass es so ist. Ist das so? Ja, tatsächlich. Das guckt. Ich meine, es gibt irgendwie nur so 30 Länder der Welt, die sagen, das ist nicht so. So ist es bei weitem Moment. Ich weiß gar nicht, was die Schweiz dazu sagt. Ich glaube, die sagen einfach nichts dazu. Oh hey. Look and reward. Bei mir selbst noch. Ja gut, okay, ich mache kurz deine Dailies, Frosch. Dann gehe ich bei mir rein. Frosch, darf ich deine Dailies machen? Hm, nee. Wieso? Weil du das Game nicht kennst. Sie kriegt alles Stella Jades aus Gameway. Das heißt nicht Stella Jade, ja, das war Dings. Ja, nee, er weiß nicht mal, was so, wenn ich ihm was sag, Farmen, so. Und weiß er nicht mal, wo, so. Heilig, scheiße. Also ich wäre eigentlich in den Sack gegangen, so. Bro, CCC, die Discansion mache ich selbst. So. Ja, ja. I can't have password error. Wait, ich habe was vertippt. Ah, ja. Minus 5 Social Score. Hä? Was habe ich denn falsch kopiert? Du wirst am 2.9. exekutiert. Ich habe dir jetzt gleich einen Link geschickt, Frosch. Eine Notification. Link, oha. Nicht Link, Notification, du weißt, was soll. Also 3, 6, 3. No. 1, 2, 6. Und da war er, ist jetzt eingeloggt in seinen Bank-Account, so. Auja. Frosch, du kannst dir nicht vorstellen, oder ich meine Hans-Oberdorf, kannst dir nicht vorstellen, wie viel Geld ich jetzt von dir abzocken werde. Du kannst auf Weapon-Banner pullen. Boah, da ist ja nichts mehr übrig. Das wäre crazy. Ja, nee, mach. Sorry, ich meinte das selbst. Au. Ich will die Waffe. Nooops. Jouch. Kannst du den Single-Pulsar machen? Let's go. Also, ich continue mal nicht. Ah, Dailies. Ich meine, äh, Dings-Speed-Wort. Erstmal, was ist F2? New, new, new. Keine Ahnung, was das alles soll. Wait, ich sammle kurz was ein. Ja, fahr mal einfach Artefakte. Ja, du müsstest mir halt sagen, wo die Artefakte sind. Ja, Streamer. Ah, true, der Discount-Stream ist ja ausgegangen. Guck. Ich fick dich. Ja, verdammt. Ja, genau da. So, bisschen rechts bei dem Typen. Clean-up. Roland. Roland Berger. Und dann das erste Domain einfach. Monster and Weirdo. Weirdo. Ja? Das hier? Ja. Next. Night. Jetzt muss ich wissen, welches Team. Wow. Ja, spiel das. Nice. Also, du spielst einfach den Stun-Charakter, wie du ihn spielst, und dann... Sobald der Gegner gestunt ist, gehst du auch... Ja, wait. Was? Äh... Ja, genau. Auf Noelle. Heißt die Noelle? Nee, Nicole. Dann machst du das I und dann gehst du auf den... Mit Lab-Taste auf den Main-DPS und dann einfach Charge-Attack. Das ist... Ja. Ja. Schill kurz. Yo. Wow. Was ist das? Ich bin nicht auf Stunnen. Ich schlitte, was mach ich? Schade. Was? Warum wird manchmal die Reihenfolge so verändert? Mach einfach nur Charge-Shot, da kommt E auf der Stunnen. Genau, kommt ein E. 40 Sekunden Clear. Ja, sorry. Mach einfach weiter. Oh, das ist echt gut. Save das. Nice. Force das an-schauen. Genau. Warum hast du Complete? Oh, wait. Ich dachte, dein Alter hat das irgendwie... Oh, wait. Geh noch kurz auf F2. Und dann machst du das dritte da. Check in with her Scratch und etwas. Was? Ne, lass das. Das dritte. Was ist das? Weg hier. Nein. Lass das, das dritte. Von den drei. Ach so. Oh. Und dann noch das zweite. Und dann Coffee meinst du? Ja. Und das ist das zweite. Wow. What the fuck? Oh, 60 Polychromes. Bro, ich hab das noch nie bekommen. Ein typischer Moment, wo ich gutes ING auf den Accounts von anderen Leuten habe. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ich wusste gar nicht, wo der ist. Ich nehme den doch. Oh. Schade. Ähm. Was sag ich heute? Den? Den? Ja. Nein. Also, weil es gibt leider keinen Kaffee, der eine andere fucked-dinger hat. Schade. Ja. Fucked, ups. Was war das für ein Movement? Also, Chengling. Ja. Mach normale Attacks auf dem Stun-Charakter, bis du den Charge-Attack hast. Dann, sobald er gestunnt ist, ein I, um die Chain-Attacks auszulösen. Dann machst du zuerst die von dem Polizistin, dann Nicole. Dann von Nicole auf Polizistin und von Charge-Attacks. Ah. Nice. Jetzt endlich. Und jetzt, Polizistin. Oh, ups. Schade. Du willst Charge-Attacks, oh. Das killt was. Oh. Haha. Nice. I guess. Ich bin so überleveled für das Domain. Aber du willst Charge-Attacks machen auf dem Polizisten. Ja. Das ist gut? Nein. Schade. Das ist auch nicht gut. Schade. Mach einfach letzt... ja. Ey, ich denk halt immer bei Genshin ist es ja rechts. Ja. Deshalb klick hier mal auf das rechte statt aufs linke. Ist mir zu häufig schon sü 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 passiert. Ey, yo. Was soll das? Das Viech wehrt sich. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ja, das ist nicht gut. AAAAAAAH! Nee, ich mag's nicht. Ich sag, die müssten die UI ein bisschen so wie ein Genshin machen. So zumindest an der Anordnung. Das regt mich zu sehr auf. Anyways... Noch zwei Mal, ne? WTF? WTF? Nice, jetzt ne Call. Jetzt die Lattausche. Niiiice! Let's go, Hulk. Eine Sekunde Regen... Schade. Ja, weil die so squishy sind. Gut. Nice. Was? Was? Wait, sind die anderen Stats auch gut? Nee, oder? HP und HP flat. Nee, leider nicht, aber... ja okay sorry du hast recht ich kann nicht mehr ich hasse es bro warum warum kann nicht sein alter das kannst du nicht ja komm ich dort schon ok ok you know what was mach ich ja 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 ich glaube ich will den einfach nur ärgern jetzt mach doch ein i ich will den ärgern ok ja 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 hier 54 schade das ist es nicht ne ne schade oh wait das ist slot 3 ja maybe ist immer defense ja ja jetzt habe ich es nicht gesaved ja du kannst du rollen wenn du willst ja da will ich ne ich soll lieber nicht rollen meinst du doch doch aber ich habe nicht viel xp ja okay ich predikte sonst die stats ja und pull mal auf weapon banner ok weapon banner single pull ja richtig so ja halt 5 star 5 star 5 star 5 star 5 star scannen so insane wow es gibt dir tag percent und es increased dein damage nice was ist das alles hier f1 event oh wait einen tag und dann ist das weg das ist noch gar nicht gespielt ich glaube selbst ich habe das schon gemacht wenn es das ist woran ich denke gehört ich habe da vorgestern komplett reingesackt weil ich da schon krank war aber ich glaube ich wäre nicht besser wenn ich es jetzt mache was ist das dann für ein event so eins wo man timen muss glaube ich ich würde sagen ich mache das game extra ein bisschen lauter damit es ein bisschen besser hören kann aber ich glaube es war relativ gut im takt drin wait wo ist oh hier ist audio ja ist das naja das hat ein bisschen time nein ich gehe mal davon aus ich soll es machen weil du ja für zwei tage nicht da bist wäre schon ziemlich nüt ja dann mach es mal ich mache es aber nur für die minimale äh das minimale was du für alle rewards brauchst ich habe keinen bock das zu tryharden ok dann vor allem weil es gibt ja gar keine weiteren rewards mehr wenn du besseres rating bekommst ja 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 halt die fresse wow wow aber der geometry der schwitzer nicht perfekt sind davon true der erste war zwar ein miss aber pro trust ja das ist sehr schade ich krieg nur ein a rating digga ich hatte alle perfekt bis auf der ne das deshalb deshalb mache ich nicht mehr ich bin zu sauer dafür oh mein gott wie unnötig ja das sieht crazy geil aus ja das sieht crazy geil aus ich meine gemütlich hat ja eigentlich mehrere arten von skill die es testet das eine davon wäre halt eben side reading das andere ist memorization das andere ist nochmal ding wie ist nochmal muscle memory yo und das event ist basically side reading eigentlich ich habe heute ein easy demon platformer geschaut nice jetzt habe ich einen größeren schwanz als hier wow naja obwohl bei chingling weiß ich nicht ja ich habe den omega long schlong von 17 20 millionen kilometer aber hast du coaster mountain geschafft ja effektiv und generell coaster mountain war aber auch mit schwerster platformer ich habe keine schwereren gespielt beziehungsweise ich habe generell fast gar keine platformer gespielt ja also wir haben erfahrung mit langen platformer oh mein gott oh mein gott das war so cooked irgendeinen hurensohn hat so 2000 und 24 von diesen mini leveln in zum platformer reingepackt und wir wollten das machen ja meint du das insane demon how to platformer ja ja wir sind bis 1000 gegangen oder 1200 und dann ja ja ich habe es nie gemacht dann war viel zu früh am morgen und dann ja kein bock was du hast das gemacht schwingling ich habe mal 200 stages davon gemacht aus spaß ich hatte nicht vor gehabt das zu schaffen ich dachte einfach nur so hey komm ich schau mal kurz ich wollte nur so bis stage 100 gehen dann hat es spaß gemacht also habe ich bis 200 gewisse level 666 war so war mir so eine stunde dran oh ja ich habe einfach ein ein makro mit python programmiert um so den anfang immer zu schaffen das war ehrlich das war ehrlich wir waren bis 1179 und dann sind wir gequittet haben geschaut wie viele level es hat und dann hätte ich es halt wie nie angefangen wow 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 ich relaxe ganz kurz also bevor ich die experience hätte ich mir sparen können ja na schade nur ein a ranking 2 miss es ja ich würde mir heute pro fahren was ist deine opinion zu minors ich meine ist so eine der besten karten im game würde ich sagen ja ich finde man kann es überall auf der arena platzieren tankt relativ viel ja zu truppen auch gar nicht so wenig schaden auf dem turm natürlich ein bisschen verringerten damage weil du es auf die ganze arena platzieren kannst ja es ist halt so ein bisschen chip damage ja eben aber nicht nur chip damage du kannst halt richtig gut so auch taktisch benutzen mit zum beispiel wall breakers oder mit berry evolution du kannst auch noch so mit bats benutzen halt immer für die mini pushes ja es ist chip damage unter anderem aber ja ist halt ein bisschen so wie lockbait ja ich mag lockbait ich habe drei jahre lang lockbait gespielt ich glaube ich habe noch nie so richtig lockbait gespielt ich habe nur lockbait gespielt ich habe vieles mal so ein bisschen immer rein getestet lockbait ganz wenig aber ich glaube lockbait ist sogar eines der am wenigsten gespielten decks von mir von den typischen decks ansonsten habe ich ne ich habe das gemacht weil ich ein hohensohn bin ich habe so auf dem mid ladder natürlich sehr viel mega night gespielt ich habe auch viel pekka gespielt pekka graveyard das war so ein von mir damals selbst aufgestelltes deck ich habe dann mein größtes main deck ist eigentlich dings minor wallbreaker dann double barrel minor ja i love minors das ist crazy naja wie ist das noch ein s rank anyways plus 300 primus für den guten frosch also 2.7 hog cycle war so ein upfuck es war unglaublich 2.7 ja was hast du denn drin in 2.7 ja nicht viel außer hock ja aber normalerweise spielt man 2.6 ähhhh ich bin 2.7 ist nicht mittlerweile 2.7 draußen weiß ich nicht ich mein 2.7 bräuchtest du halt ne karte die ein bisschen teurer ist ja ja no shit oder eben aber was würdest du reinpacken ich soll den pull jetzt und warum hast du beim battle pass nur die hälfte abgerufen warte was ach du ich soll pullen auf was bangboo oh naaa 2 pull 2 pull ja nix ok let's go 5star 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 2. Pull, 5 star, 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 5 star. Ja, so 5 star. Sehr. Kling, du hörst dich schon ein bisschen obsessed an. Nein, ich weiß nicht wovon du sprichst. Ja komm mach ein 10-Pull auf deinem Grupp, ey, ne? Oh, ich deckst dir, aber es fehlt einem. Ja. Ich kaufe einfach einen. Ja, ne, mit diesen, im Shop, mit diesen komischen beiden Gruppungen. Neid. Du bist auch extremst gambling-addicted, Frosch. Genau. Hast du das ganz schasses Ding? Los geht einfach. Was ist das? Das hat Loki gerade abgefuckt. Schade. Du bist ein schlechter Streamer. Tut mir leid. Digga, was ist das? Was ist das? Ich halte wie gedrückt. Ich halte wie doch gedrückt. Was? What? Broco. Ich schwör, ich halte wie gedrückt. Echt? Digga, ist die verkrüppelt oder was? What the fuck? Hä? Ne, ist meine Tastatur, glaube ich. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder nicht mehr. Ja, Profi-Entreter hat auch so gewisse Dinge mit der Tastatur. Ich verstehe auch nicht mal, woran es liegt, weil die Tastatur ist nicht mal kaputt. Weil wenn ich es dann so irgendwo eingebe in den Text, wenn ich jetzt dann sowas mache, hast du nicht irgendwo. Was auch nicht. Wo kann man Text eingeben? Nirgends. Oh. Egal, wenn ich jetzt so versuche, Text irgendwo einzugeben, dann kann ich W ohne Probleme spammen. Also, ich kann hier oben... Ja, also W geht komplett ohne Probleme. Komplett fein. Oi, Qingling. Ja? Auf ein Tempel, damit du gambeln kannst. Nein, 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 nein. Ich bin raus. Nee, 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 wait. Dafür müsste ich warten. Mit dem. Warte, ja, du sagst dich kaufen in Tempel, so, ich glaub's auch. Ich farme in Tempel. Nein, 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 nein. Frosch, ich muss dir leider sagen, dass ich aus Versehen aus deinem Account leider rausgeloggt bin, oh nein. Du lässt mich rein. dann... ...gamble ich Verdammt Du bist eigentlich geliebt, was soll das? Ja Du hast nicht gekauft, oder? Noch nicht Ja, besser ist es, Alter Kauf gerne, wenn du selbst online bist So, I appreciate the gesture Aber... Aber... ...gamble lieber selbst Oh, nices Bild Ja, sonst spare ich halt auf Mulani Besser ist es Das ist... Von Brawl Stars Bitte? Ne, prof, irgendwas, aber Brawl Stars kommen True Ja, okay Alter, ich will auch so Mulani-Pult, Mann Das kann gar nicht sein Du wirst auch so Brawl Stars spielen Ja, Mann Oh, ja Oh mein Gott, komm Brawl Ball Ich glaube, ich muss also... ...auf C2, vielleicht mal schauen Meinst du Mulani? C1-Up, jedenfalls Ja Wow Ja, ich pull nie auf C0 Sorry Hinter So, gib einfach die meisten Characters Aber dafür, die dich pullen Gehe ich deep Ja, okay Verständlich Ja, ich pull keine Characters Außer wenn ich mal random welche pulle Zum Beispiel Venti Will der mir auch gutes RNG geben? Ja Ne Schade Ne Was soll ich eigentlich farmen? Ich weiß gar nicht, was ich farmen kann auf diesem Account So Denny's Das kann ich Komm für Ayaka Ja Ich bin ein ZZZ Und jetzt Sind alles Ausreden Ja, so Ich glaube, ich farm actually Denny's einfach Auch Furs Hou oder Frosch, deine professionelle Meinung, was sollte ich farmen auf low Internetlevel? Learned Level Ja, aber ich hab schon alle maxed für das, was ich maxed kann. Bitte? Ja, unser Teammate hat tanzen drum. Nee, 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 das ist was anderes. Meinst du auch dann noch Skits weiterfahren, wenn alles auf Level 5 ist, für meine relevanten Charaktere? Oh. Ja, einfach bis alles max ist und dann kannst du vielleicht was anderes fahren, aber okay, hab ich. Wait, actually, nee, hab ich nicht gelogen. Du hast recht. Äh, Chingling, schenkst du mir nen Tent-Pull auf meinen Geburtstag? Das wär super nett. Nur wenn's auf Mordani ist. Nee. Ja, dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Nee, er will die guten Charaktere nicht. Ja, wenn er die guten nicht will, dann, dann sponse ich's nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, sieht der Stunner so ein bisschen aus wie ein Forster. Alter, ich geh doch down. So vom Movement Set nicht, aber ich sag so vom Gesicht her aussieht so aus wie ein Forster. Was haben wir für ein Maid, Chingling? Wir haben auch den CCC, ich hab'n die Call-Bist-An-Forster. Und so. Oh, was? So? Oh, was? Achso. Ist halt was da. Viel zu laut. So, äh. Sag bitte noch mal, ich hab's gegen viel zu laut gehabt. Hab' gesagt, ne Call-Bist-An-Forster. So heißt das nicht. So Forster. So. Ja, hast du wohl recht. Ja, was! Was? Ich bin actually nicht sicher, wer besser, wer mehr Damage macht, mein Stunner oder Corrin. Einmal, wir hätten gegen einen verloren. Ich habe die anderen beiden gehabt. Warum spielt er auch Jackie auf dieser Map? Higgs, seine Eltern... Er ist total ein Bastard-Sohn, Alter. Darum er behindert er noch den Sohn, Alter. Oh, aber wir spielen wirklich nur gegen Krabi. Exklusiv. Oh, der hätte das wirklich zu seinem Susi-Punkt live eingeladen. What? Ja? Wir haben den Exklusiv-Premium-Livestream fast für das. Ist das frech hier. Ja, ja. Ja. Wir holen zwei Reputation geht's nicht wirklich lange. Wir haben einen Backshot gegeben. Das ist crazy. Oh, ja, ich will auch Backshots. Decker, was ist der so heiß? Ich muss mich nicht nur durchschauen, aber... Ich verabschiede. Wir haben einen Backshot gegeben. Die sehr dreckige Ne- Ah sorry Besser ist es Chingling, es tut mir aus Ausschliesslich nur dir leid Weil Der andere hat es nicht verdient, dass es jemandem leid tut Der dumme Wunsohn Wunnen sich noch irgendwelche anderen Talents bei Lucy zu leveln außer ihr Skill? Nicht wirklich Bitte? Nein Oh, ok Yo Ein Hit in meine Richtung, ich bin dead Ja, ich glaub ich geh einfach nur noch Dennis fahren Ja, ich glaub ich geh einfach nur noch Dennis fahren Man, der meint ist komplett so ne Man, der meint ist komplett so ne Hating DownloadingBangboo.net, Digga Was ist das? Digga Wirklich Ich meine, einiges mal ein wenig Einen guten Run Und dann kommt Nur noch so Sollte Züge Als Team Das ist Richtig Scheisse Jetzt Er sieht Ich hab mich nicht geriggt. Ja. Oh, das ist noch nicht geriggt. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh herr, na. Aber ehrlich. Ich krieg auf. Wow. Pass doch. Jetzt hab ich Defense. Ich hab's mir egal. Oh, was denn Rico, Alter. Was? Ja. Was macht er dort in dem Busch? Oh, jetzt ist das cool. Ja. Das war gerade eine gottlose DPS. Ja. 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 Ja, Riku kann sich am Arsch lecken. Der ist schwule behinderte Dreckse. WTF? Ich kann das nicht. Wait, 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 wait. Ich glaub das versteht mir noch so. Das ist crazy, bro. Ja, ne. Ranked, also das hier ist rigged. Ich kann nichts. Warte. Also. Was, was will man machen? Jetzt ein Kerkenrumpel. Ich hab's nicht mehr gesehen. Und da ist der Mann Rank. Hahaha. Ey, hat er geguckt. Ja, geguckt. Wieso wird er nicht gesloten? Einfach unfaced. Ich hab's nicht gesloten. Ich hab's nicht gesloten. Ich hab's nicht gesloten. Alter. Yo. Ich bin neues Internutlevel. Let's go. Wieso haben wir'sgesloten? Was ist da? Jo, ähm, ich bin bei einer Statt. Zwei Business Days. Guck, ich sehe hier. Ticke. Jetzt kommt's, ja er hat mit Guilted Guckt, guckt, fertig Es ist, es ist... Ah ja Ist das geguckt? Wir müssen wirklich... Zwei gegen vier Ey, ich kann zwei Ten Puts auf dem... Äh... Auf dem Dingsbanner machen Yes, Gambling! Gambling, Gambling, komm, wenn da Ihr dabei? Ja Ja, 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 Gambling Let's go Ich weiß gar nicht, welche Pity ich bin, um ehrlich zu sein Vielleicht hoch genug ist, dass es bald ein... ...12ster wird Nein, ah, schade 17 Jaaaa Wo steht mein Pity? Äh... Oben links Was? Ich hab dir geglaubt Das ist ne dumme Idee Da hast du recht Bro, ich bin schon auf... Man, der Bibi hat maybe nur mit einem Syndrom Ich bin schon auf 60... Okay, jetzt 70, come on Letzte Chancen, um zu gönnen Ja, es sieht aus wie Fallstar Ja Easy Ew Wegwerg Ball Kann man 50-50 hier fettieren, oder? Das ist guaranteed Oh! Die Rabbe, ich hab'n Bag Bu Ist das nicht der schlechteste, den man am Anfang bekommt? Hebel Bu kann mich am Arsch decken Sehr geil Digga Kann man 50-50 hier fettieren? V mit dir, oder? Es ist einfach Ne, beim... Yes! Was ist das? Ja, Digga Unser Teaming ist schon komplett Oh, wa Schlag Bu WTF? WTF? Juhu Mann! Nein, wieso wir kommen mit dem Affe? Ne, also ich muss irgendjemand einladen Das geht so schnell Ne, ich würd jetzt hier das Profil auch lügen Was... Kann ich jetzt noch machen? Eigentlich gar nicht so schlecht Aber... Es hat halt trotzdem verdammt Warum? Ja, obwohl... Ne, Fiesru Das kann ich dann nicht mehr gut sein, oder? Einfach irgendjemand, der öppies kann, Mann Was ist denn Fickes Rappenplay Let's go Was ist das alles? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich weiss nicht Digga Ich lasse los Bruder, ich mach nicht genug DPS Für den Huren Drecks Krabbenniger Oh, sorry Ja... Schade Man kann es wirklich gar nicht machen, Gag Aber es ist... Na, ich glaub ich war auch offen mit Streamen heute Let's go Kannst du wieder herumbeleidigen, wie du willst Also ja